Gabriel, zehn Jahre behauptet, ich schaffe in einer Minute mehr Marschplattler abfolgen als mein Gegner Johann Treitinger. Ihr habt jeweils eine Minute Zeit, so viele Marschplattler wie möglich zu machen. Die Abfolge des Marschplattlers besteht aus neun Berührungen. Bei Gleichstand hat Gabriel als Herausforderer verloren. Gabriel, ich sage eine Minute, klein gegen groß, auf los geht's los! Ich sage eine Minute, klein gegen groß, auf los geht's los! Noch 30, ein bisschen weniger! 20! Kommt der berühmte Schlusssport! Noch zehn, Gabriel! Und ein Applaus! Glückwunsch, Gabe! Super Leistung! Das waren 42, da darf man mal ein bisschen außer Puste sein. Drei Fehler hat Richard Schenk angemerkt. 0,25 Punkte werden dann für jeden Fehler abgezogen. Das heißt, bei 42 Marschpartnern, 42 Punkte, minus 0,75 bleibt 41,25 über. Super gemacht! Gabriel, wir tauschen! Komm hier! Komm zu mir! Wer macht das Rennen? Gabriel oder Johann Treitinger? Die Zeit läuft mit der ersten Bewegung. Toi, toi, toi! Wir gehen! Bis zum nächsten Mal! Oh. Ja, noch 30. Noch 10. Und er ist aus. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Punkte, die den Ausschlag geben. Und das heißt, Gabriel macht das Rennen und gewinnt das Schuhplatte-Duell. Herzlichen Glückwunsch! Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.